es ist es ist ich habe es ist muss ich die bewegt die Das ist nett, in der Ernst, oder? Was sind die zu tun, oder? Man knallt die ab, die was, einfach so ne Entschuldigung! Die könnten auch so leicht snaggen, das Spielzeug immer nur. Zwei fehlende Summe. Sieht aus, als hätte das Spiel getan. Komm, komm, Alter, so lang braucht der ja nicht, dass er den Entschuldigung umwirren bringt, den Arsch, Alter. Der hat dich schon längst da, wie ein Kehner. Soll ich jetzt hier ein bisschen... Sie warten, bis er sich umdreht, oder wie? Oh ja! Das war's, Gott sei Dank! Von Angesicht zu Angesicht, endlich! Obwohl ich sagen muss, dass ich dich mir furchteinflößender vorgestellt habe. Du hast Gotham lange genug terrorisiert. Wenn das Schicksal heute meinen Tod vorsieht, dann soll es so sein. Aber mach es bitte kurz! Ich bin einfach nur raus! Ich bin einfach nur raus! Was ist der Scheiße da? Was ist der Scheiße da? 1, 2, 3... Das ist so ein viel für Nutzung. Ich kann halt wenigstens... Hauptsache, ich werde mal gucken. Wir sehen alle... Na, warte mir! Ich habe noch was! Das war das da! Ich bin jetzt auch nur Mucken. Ein Black Mask. Ich bin jetzt auch nur Mucken. Hey! Hey! So, die Frust habe ich jetzt auch so los müssen. Du musst du nicht so behutsam einfach rauf. Und einfach rein in die Olga. Und draufhauen. Du hast keine Container. Soll ich jetzt verarschen? Dann schauen wir mal, ob er weh. Ich sagte, der Boss wurde von einem kaltgemachten. Der sich der Dschunkel nennt. Ich habe gehört, das war die Bädermaut. Ja. Du, mal abgefahren. So oder so? Denn der große Macker weg ist. Was sollen wir da mit dem Zeug machen? Ganz einfach. Wir überdicken es und behalten die Kohle. Wer soll uns schon aufhalten? Hey! Wenn er wirklich tot ist, was rett uns davon ab? Alles zu übernehmen. Einfach eine schwarze Maske anziehen und fertig. Hm. Keine schlechte Idee. Was geht, ha? Was geht, ha? Was geht, ha? Was geht, ha? Und das war's. Wo drin ist jetzt die... ok, ja da. Ja, da war auch nichts, ne? Ich werde einmal alles suchen. Das ist nur einer. Zwei. Dann... Da, äh, Susan, wieder was? Was bist du? Junge. Ich hab' was. Ok, mach mal. Zwei. Zwei. Da ist noch einer. Zwei. 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 Fünf. Ja. Und unten ist die Six. Weiß nicht. Geht. t mann einem hohen lassen das war nicht so viel mehr so Pass auf! Niemand weiß hier irgendwas. Bis sich alles beruhigt hat, machen wir am besten einfach so weiter wie bisher. Wenn ich den aufseite... Hallo? Junge, den kannst du einfach nur in die Fresse kloppen. Ja. Hartz. Können sie mal die scheiß Waffen weglassen? Die Sackgesichter. Perfekt. Ja, ja. Das ist aber schon wieder morgens. Der wird ab. Oder? So. Jetzt können wir den Lebel abmachen. In vier... ... vier noch übrig. Drei noch übrig. Zwei noch übrig. Einer noch übrig. Null übrig. Null übrig. Ich hätte es noch mal gebacken. ich würde mir gerne wünschen dass er ein bisschen schnuder laufen würde wir kommen bestimmt und tschüss das ist schön zensiert nein da gehst du nicht hoch da bin ich hoch wo soll ich hin bitte ja komm ich geh halt wieder runter ja lass mich doch verarschen in der Ecke nur 3 da ist 2 ach mach mal auf den Blick ach du die Güte schlau auf Bitch schlau auf schlau auf schlau auf schlau auf schlau auf ja wie ich hab keine Zeit für den Sniper denn schlut jetzt weg Ja, ne. Ach so, ja, da kommt jetzt einfach mal, äh, wie bist du jetzt gehst, Mopi, die Obkost. Macht man aber nicht. Na, halt. Jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Du bist ja. Junge, wo ist es von Black Mask? Da oben kann es nicht sein. Da unten unten. Hui. Das ist nicht mehr gescheit, auch gesagt. Das fackt mich am meisten noch. Hallo. Unge Verarschen kann ich mich alleine. Und ihr seht rot angezeigt, die meistert seid. Gucken die mit die Knarren. Vor ein paar Sekunden waren die da. Das hast du schon gehört. Sayon, es ist zurück. Habt man gesagt, ihr lebt noch. Kein Scheiß. Wir sind in der Stahlberg eingesperrt. Aber jetzt ist der Freie und will in der Zeugnisgeschäft. Und was heißt das für uns? Nichts. Wir entladen den Kanister und dann wird er uns schon sagen, was wir machen sollen. Und wer wollt's mich doch veräppeln? Lass mich da hoch, bitte. Bumst dich da hoch, irgendwas. Nicht da hoch. Ich lauf einfach weiter. Danke, dass du darfst. Ach, lebt mich. Naja, du gibst nicht auf, du bist kaum geschlungen. Punkt, denn der hat sie mich anschießen wollt jetzt. Junge, ich werde die Hauptwiska werden und nicht mehr machen. Wie oft denn noch spielen? Da ist es zwei. Das sieht aus, als käme das Signal von dürfen aus dem Diamond Distript. Ui, halt, das ist ja auch Spiegel. Junge. Junge. Den da sollst du erwischen. Ja. Ja. Ja, der Zeit ist um. Genau was ist. Ich schlag dir den Schädel ein. Und das war's. Wenn dich wünsche, Kopf. Da bist du. Wow, wie kann es so sagen, ist gar nichts so saugt. Okay. Ich schlag dir den Schädel. Bin bleib. Sag mal, was du darüber läufst. Kommt ja, Herr Frau. Ihr kommt. Wir verkleinern sein Zweidenskopf und siehe von der Zinther. Was meinst du? Das ist eine gute Idee, oder? Wenn keiner aufmacht, muss wie? Der Began ist nicht mieser, danks Kerl. Er ist fast zu groß wie ein Haus. Er ist unter einem. Ich weiß auch nicht. Besondere Gabe. Besondere Gabe? Ja, er macht irgendwas so zu. Verzeucht dich stark. Ja, Karl, es ist eh schon niss. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe nicht, dass es da drinnen ist. Dann werde ich wahnsinnig. Sonst ist es nicht da drinnen. Nein, super, kann ich nicht tauchen. Ich muss nichts machen. Das war noch ein bisschen. Was ist da? Das ist das Signal. Einmal als ein Erlebnis in Räuel. 1... Du sind nur zuvor! Willst du den EIN Snipe Basel? Du bist gut. Ich hab das aus. Perfekt. Lautloser Ritter. Lautloser Ritter. Zurück. Untertitelung. BR 2018 Ja du Kommst du dich jetzt da nach unten? Ja Leck noch mehr oder? Ja Leck noch mehr! Spielers der Recht Sonst gibt's noch gut ne? Und äh äh Und jetzt landet und fliegt Oh 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 Mann hat die ist da drüber Und bim 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 Dankeschön Ah ja wenigstens Ja ich so gehst mir auf die Weihabedmen Du sprichst selbst was du hier wusstest überhaupt nichts verloren hast Das ist nicht dein vergingen Ernst Ich bin schon wieder klingelt Ich bin schon wieder Ich bin schon wieder Du wie krank Du verfeillter Pado Das ist doch nichts Ohääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääädö Ja genau, auf den will ich schlagen, damit den Panzerbreiten nicht schütteln. So, Ende im Gelände, jetzt geht es weiter. Da kann ich nicht mehr weiter suchen. Ne, du richtig. Na, nur Prügelknaben. Er ist hier drin. Und das Wort erledigt seine Drecksarbeit. Gordon, die Medien fernzuhalten, von was auch immer hier vor sich geht. Merkt bleiben Sie nicht, dass er nicht mit Blackmail gearbeitet. Er wird es schon rausfinden, wenn ich den Joker einfache. Oh, du Unfall. So, einfach jetzt in der Gitarre. Und das ist der Fall. Oh, du Unfall. so einfach als Energiekern da nein 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 Kann man backlink, sind die Kumpel Ungefähr Piss dich! Perfekt. ... ... ... ... mal ein kleber ist dann kannst du den hochhangeln doch meine idee noch mehr Gegner? Nö. Passt. Da geht das Scheißgelege langsam auf die Eier. Was hast du denn das jetzt erkannt? So, Kohle und der Dude. Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich auffällt? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten nie mit Hilfe der Kamera sehen. Okay, ich versuch's. Hier ist genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage nicht, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Das ist ja federbestimmt. Wenn du mich fragst, was er nicht vorzusehen. Sobald ein einer der Kinderkriege wieder montiert, macht er vor sich kalt und verhält sich nicht. Nee, wenn er sowas abzieht und niemand mehr vertraut, er wird bei allen anderen Organisationen in der Stadt das Gesicht verlieren. Wollen Sie wieder mal was machen? Wenn es da ganz nach der Angst ausgedritten wird, da ist das so. Ah, da hinten ist er. Da kann er nirgends um so einen Fickdeluk rein. Ja, da war einer oben. Na komm, bewegt dich doch. Scheiß auf die Rauchkanade, ne? Eine oben. Scheiß auf die Rauchkanade. kann der hier waschen rücken noch ganz mal am Kopf nö die die Tiere einfach nur jeden an die die Tiere nicht meine Ahnung komm weiter das war's ich muss in den Überwachungsraum kommen und wer ist in den Überwachungsraum in den Überwachungsraum ist der unten da kann ich nicht unterwegs drücken bestimmt auch nicht da er öffnet es zum nächsten Mal das war's 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 das war's